Oh fuck! Schafft ihr. Boah, boah, boah. Anschieb mit Schwert, anschieb mit Schwert, anschieb mit Schwert. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, oh. Ich hab einfach nicht mehr gewechselt. Einer hätte leben müssen. Oh man. Einer hätte leben müssen. Ich muss mal eben gucken, was da mit meinem Laptop ist. Klappen tut's eigentlich. Einfach nur safe spielen. Wenn ihr sterbt, einfach wieder hinterlaufen. Nee, eigentlich nicht. Ist mein Screen offline oder was? Weil bei mir auf nem Laptop tut's ich grad nicht mehr. Du musst schreiben, ich bin im Screen. Äh, äh, steht. Schütze. 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 Geht's wieder, ja? Guck nicht, weil bei mir ich hab'n Black Screen. Ja, ich hab'n Video gemacht. Ich hab'n Video gemacht. Okay. Hey, bei mir steht... Okay, okay. Bei mir lädt es immer noch. Jetzt steht hier keine Zuschauer. Jetzt steht hier keine Zuschauer. Aber auf meinem Laptop hab ich immer noch gespannt. Das ist schlecht. Nee, okay. Entschuldige. Der wird. Ich bin ganz viel konsentriert. Ich bin ganz viel konsentriert. Nach dem Käpt'n glaub ich wieder. Ciao. Das war schon ganz speziell. Die Zuschauer, ich höre dich aber nicht. Ja, okay. Aber sehen sie es nicht. Ja, mach ich. So. So. Also, den wird geschnalten. Hab ich. Ich bin down. Ich kann mich wieder beleben. Alles gut. So. 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 Ich bekomme wieder eine Klangung. Äh, nee, falsche Richtung. Äh, nee, doch richtige Richtung. Ja, ich kann gut sein, dass ich jetzt relativ leise bin. Ich muss auch langsam mal ein bisschen leiser reden. Ich rauch mir jetzt gleich erst mal ein. Ach das. Gute Sache. Jawohl, bei mir geht es auch wieder auf den Laptop. Oh, nein, ich bin von der Wand abgeprallt. Das brauche ich auch noch. also schon mal aktiviert oder schlüssel oder du hast keinen schlüssel musst du aus den sieverfragmenten schlüssel machen die normale frete oh gott wie dämlich jetzt hole ich mir noch schnell die kiste jetzt hängt es ein bisschen so so jetzt läuft es bei mir wieder ist ja komisch ich mache jetzt auch nicht mehr lange wir haben schon vier uhr zehn alter ich muss weg oben in dem ohr das geht gar nicht also auch echt das letzte also wenn dann ich sagte ja es ist mein last try ja wenn das bei mir jetzt bei mir im stream jetzt wenn das bei mir jetzt hier nichts wird also wenn wir jetzt sterben wir sterben 100 pro nein tun wir nicht man kann eben auch in first try legen ich habe hier sind nicht so erfahrene spieler in zwei oder drei leute glaube ich man kann den auch mit zwei damage phasen legen auf jeden fall würde ich dann das dann halt verschieben aber dann hauen auch glaube ich ungefähr sechs leute mit dem dunkeltrinker auf den ein dann liegt danach zwei damage ich habe bei den dunkeltrinker dabei schon auf tilgerbeste ja ne bei axis ist dunkeltrinker am besten ne 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 cela die damit ich kann das stimmt so spät ist Es gibt noch eine Kiste, aber dafür muss man alle Monitore aktivieren. Ja. Ja. Ohne müsst ihr ein bisschen Feierabend machen, Alter. Zumindest noch bis Axis zweite Phase. Braucht man den First Draw. Zweite Phase Checkpoint reicht schon. Kann man dann entspannt morgen weitermachen? Äh, heute. Ja. Oder morgen. Das weiß ich nicht, vielleicht zock ich morgen wieder dein Weg. Sagen wir später. Muss ich mich noch fertig machen. Gut, dass ich nicht streame. Ich bin an nichts gebunden. Ich kann zocken, was ich will. Ich kann auch zocken, was ich will. Ich zock auch, was ich will. Ich kann das Spiel wechseln, wann ich will. Aber ich hab Bock auf dein Leid und ich bin auch eigentlich nur so, heute mal so, weil... Ich hab Bock auf FIFA. Aber ich weiß genau, ich spiel ein FIFA-Spiel und dann krieg ich wieder den übelsten Ausraster und dann geht mein Controller noch mehr kaputt, als das schon ist. Jetzt gerade hab ich meinen Heil-Controller. Ja, schade, sie streamt ja, sonst hätte ich jetzt was anderes gesagt. Obwohl, es ist so spät. Das sind eh keine kleinen Kinder mehr und... Wie verzockt man richtig... Ja, ich denk mir auch, dass... Das zieht euer Audio einfach nicht mit ein. Fertig. Das müsste ich dann ja jetzt erst ausstellen, das ist mir zu viel Arbeit. Fertig. 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 Viel... Viel Spaß da unten. Ne, setz mich oben hin. Fertig. 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 Ich geh doch jetzt eh alle offline, weil... Dann würde ich jetzt auch offline gehen. Das würde mir auch gut passen, oder... Weil ich schaffen tun wir jetzt... Wir wissen ja alle nicht. Ja. Ja. Aber die erste Phase schafft man schon. Ich muss sagen, wir lassen es auch vorher. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich kann mir ja mal morgen schreiben. Vielleicht. Oder die Tage. Mhm. Ich weiß nicht. Kannst du nochmal probieren oder nicht? Hey Michael, du ist ein Arsch. Jetzt die backen die mich alle. Ich bin echt todmüde ohne Mist. Ich muss jetzt weg. Ich mach Feierabend. Ich auch. Das ist echt scheiße. Ja, du hast wahrscheinlich den ganzen Tag gearbeitet. Ja, ich hab den ganzen Tag gezockt. Ich mach das auf jeden Fall an der Stelle weiter.